Als Inhaber des Malergeschäfts Peter Bernhard heisse ich Sie in unserer Unternehmung herzlich willkommen. Wir sind hier seit 1911 tätig. Thomas Bernhard geht jetzt durch die Räumlichkeiten und zeigt Ihnen Beispiele unserer vielseitigen Arbeit. Wir befinden uns im Showroom, wo wir Kunden mit speziellen Ideen beraten können. Dank vielen Musterplatten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Durch stetige Aus- und Weiterbildung sind wir in der Lage, die anspruchsvolle Arbeiten für sie auszuführen. In der Innenumgestaltung bieten wir von der traditionellen Methoden wie Holzimitation und Marmorieren bis zu den modernsten Spachteltechniken alles an. Im Trend sind auch immer mehr ökologische Aufbauten wie der Lehmputz, der von unserem speziellen ausgebildeten Fachpersonal ausgeführt werden kann. Dank unserer eigenen Farbmischmaschine können wir Ihren Wunschfarbton in der kürzesten Zeit präzise nachmischen und in unserem Spritzwerk applizieren. Um unseren Ansprüchen zu genügen, verwenden wir nur die hochwertigsten Materialien. Im Atelier werden die Schriften zur Applikation vorbereitet. Auch im Zeitalter der Klebschriften ist die Handarbeit für die individuelle Gestaltung noch immer unerlässlich. Mit unserer konstanten Belegschaft sind wir in der Lage, grössere Objekte für erfolgreiche Zufriedenheit in Auftrag zu nehmen. Besondere Freude macht uns die Arbeit an historischen und geschützten Gebäuden, wo wir mit viel Liebe zum Detail und mit dem richtigen Materialwald renovieren und so über weitere Generationen erhalten können. Die Arbeitssicherheit ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Da uns die Sicherheit von unseren Mitarbeitern sehr am Herzen liegt, versuchen wir die neuesten Erkenntnisse im Alltag umzusetzen. Besonders stolz sind wir darum, dass wir von der SUVA im Jahr 2002 als vorbildliche Malerunternehmung auszeichnet worden sind. Ein wichtiger Bestandteil ist die persönliche Sicherheitsausrüstung, die jedem Mitarbeiter abgegeben wird. Mit grosser Freude und Engagement bilden wir seit der Geschäftsgründung Lehrlinge aus. Das ist ein wichtiger Grundfehler für einen guten Malernachwuchs. Ob für Wohnungsrenovationen oder für komplexe Sanierungen von Altbauten, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.